Stellt euch das mal vor. Millionen Menschen schreiben unter dem Hashtag Covid as a Chance, wie sie Covid als Chance genutzt haben. Sie schreiben da ihre Storys. Und dann geht der Hashtag nicht so hoch, dann geht er so hoch. Rockstar Feeling. Gemeinsam mit euch verändern wir an diesen beiden Tagen hier die Welt. Wir verbinden den Planeten komplett neu. Und das ganze Netz guckt uns dann bei der Weltrettung zu. Und wir haben auch schon die ersten Stimmen, die sich vernetzen. Hier, lass uns doch mal reingehen. Was wird denn geschrieben? Ähm... Äh... Viele, äh, viele kritische Stimmen auch. Ähm... Geschmacklos, unsensibel, pietätlos. Äh, du, Maschur, ich glaube, wir haben gerade vielleicht ein kleines Kommunikationsproblem. Guck mal hier. Also, menschenverachtend? Ich meine, jeder, der die Republika kennt, weiß, dass die nicht menschenverachtend sind. Also, das ist Europas größtes Networking-Event. Das ist super progressiv. So, hier, guck mal, schau dir die Speakerin an. Wir haben so tolle Panels, so viele coole Speakerinnen. Guck mal, das sind super viele Frauen. Mindestens, äh, 50 Prozent Frauen, Alter. Mensch, also, mindestens 50 Prozent Frauen. Guck mal. Ja, ich verstehe das nicht mit dem menschenverachtend. ... ... ...